Und Pinky Waller, kann ich mir ein sexy Bett machen. Okay, was, alle Paar, ja, Bubu? Ja, ja, ich leg schon. Ich bin auf dem Weg. Es läuft nicht schon. Ich schlaf mit Tam. Oh Gott, nein! Tam pupst, wenn er schläft. Ich pupse auch, wenn ich wach bin. Ich find das gut, dass Captain Buttboy immer Smash spielen will, wenn die nicht können. Schon mehr, bevor wir in die Hölle gehen, würde ich sagen, mach deine Ausnahme aus. Wobei, du hast 5 Minuten, 10 Minuten weniger, oder? Ich bin bei 55. Wieso? Ich war bei 57, ich mach jetzt einfach mal. Ja. So. Ich hab Captain Batmans Miguelmann heute voll kaputt gemacht. Oh. Da hab ich gepennt, oder es versucht. Ja, ich hab's gelesen, dann hab ich gesehen, dass Buttty dann ziemlich demotiviert war. Pass auch, ich mach noch ein bisschen, wenn T.A. Gedönse. Cindy. Was bei mir eigentlich nur heißt, ich leg dein Wasser ein. Schick mir mal dein Schwert, und dann schick ich dir mein Schwert, und dann lesen wir, was draufsteht. Und dann fühlen wir uns geil, weil wir OP sind. Schärfe hab ich... Oh man, dein Schwert ist scheiße. Warum? Warum? Du hast mich jetzt... Ich hab ein Schärfe 2 Schwungkraft 2 Schwert, und ein Schärfe 5 Dias Schwert. Ich hab mehr, warte zu mir. Ich hab leider keine Schärfe 5, ich hab nur Schärfe 3. Ich nehm das Dias Schwert nicht mit, weil... Ich bin 10. Ich hab das jetzt, und dann werd ich sie niemals benutzen. Ich hab eigentlich irgendwann schon ne Endertest. Äh, ne. Nein. Wir haben auch keine Enderaugen gemacht. Also... Was ist das? Ist das ein Pigment? Das ist ein Pickel. Okay. Pigment. Also wo ging's... Äh, in welche Richtung sind wir erst da? Fackeln. Fackeln. Gut gemacht. Wo sind die Fackeln? Ich hab 14 Fackeln. Nein, nein, nein. Ich hab hier erst später gesetzt. Hier hinten müssen wir auf jeden Fall rum, glaub ich. Sind die Weißers. Wobei vielleicht verwechsel ich das mit dem Hardcourt gedöhnt. Äh, ja, das kann sein. Warte, hier da drüben ist die Brücke. Die Richtung. Hm. Wir haben keine Fackeln gesetzt wie so. Wie ist das hier? Ah ja, ah ja. Okay, warte. Alles gut. Ach ja, genau. Hier lang. Doch, doch. Hier lang. Hier lang. Ich erinnere mich leicht. Nein, nein, nein. Warte, ich mach diese fröhlichen Tagmusik mal aus. Ich hab Lost Woods drin, glaub ich. Ich hör nen Freund. Nein, warte. Was ist das? Das ist nicht Lost Woods. Mach mal nochmal. Das ist Sacred. Sacred Cove? Das werde ich jetzt so nicht erkennen, tatsächlich. Doch, das ist... Hä? Das ist Sarias Lied. Sacred Cove, okay. Achso, aus Twilight Princess heißt das so. Ich wollte schon wieder Quarz sammeln. Du ekelhafter. Wir werden jetzt auf bessere Mission. Läuft ihr richtig? Ich bin oben rum, aber das war, glaub ich, dumm. Links ist ne Brücke. Ich hingebaut mal. Ja, ich glaub, oben rum ist dumm. Wir sind unten rum. Hier lang, hier lang. Hier lang. Ja, ja, ich bin unterwegs. Äh, lang. Oh, das ist nicht so. Achso. Äh, 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 lang meinste. Ähm. Ähm. Snoop? Oh. Snoop. Oh. Ich weiß nicht, was davon... Piggies und das nicht so. Hey, was willst du? Ich hab ne Silk Touch. Ich geh mal... Oh, fucking... Ich wollt grad das... Ich wollt grad ein Wort sagen. Aua. Feuerball! Ich hab Silk Touch. Ich kann zum Spawner. Er ist grad gespawnt. Nicht in die Lava schießen, bitte. Nee, schießen! Oh, du Nudel! Unendlichkeitsbogen! Okay. Und die wird betrogen, von Schwer. Das stimmt. So. Schwer hatte gestern Männerbesuch und die... Du weißt, das sind Spawner. Ja, man muss aber auch bei dir. Ui. Den stört's nicht mal, dass ich das weiß. Was ist das Schlimme dran? Was laberst du? Was laberst du? Natürlich störst du mich. In meiner Ästhetik. Wo ist der Nächstes? Da. Oh, ja. Ähm, ich würd sagen da. Oh, ja. Arschwamme! Oh, ja! Ich hab'n. Boah. Was war das? Was? Achso, ist ein Schlam. Brauchen wir noch einen? Wir haben jetzt zwei Spawner. Drei geht immer. Komm. Ich weiß halt nicht, was Skelette sind und was Pigmen. Weil die Pigmen sind bei mir so Raffet, die so rumschweben mit nem Schwert. Hä? Da hinten ist gleich noch ne Festung, also kann man auch welche holen. Ach, musst du deinen Try denn? Ich hab'n Ähnlichkeitsbogen. Da kann ich auch helfen. Da. Ups. Ich brauch' nur den XP. Von hinten! Heiß in meinem Anus! Wo sind die XP? Du Arschloch. Nicht schießen! Wenn ihr hier hochkommt, seht ihr die nächste Festung gleich. Die nächste Festung? Ja, da ist gleich noch eine. Okay, okay, okay. Warum baust du so? Ich hab' keine Blöcke. Ich komm' nicht hoch. Hehehe. Pass auf, ich mach' hier ein paar Blöcke weg, um hoch zu bauen. Kannst auch hier links rum. Oh cool, ich komm' hoch. Ist doch easy. Oh. Lala, lala, lala. Lala, lala. . . . Ich weiß' echt nicht. erstmal den 3 dann in die offhand muss wieder bei 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 lutziputzi hat spaß gemacht er ist aber auch eine sexy bitch nein 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 so ist er lang denn der sind die mann baut sich döner aus hier ja wo seid ihr lang seit ich bin auf dem weg um quarts zu sammeln ich bin noch irgendwie etwas in der kere ist ja wahrscheinlich war lava gefährlich ist ich glaube das ist es nicht ich meinte natürlich weil schokoladensoße schmeckt gut ich mag aber jetzt mal ganz ehrlich bieten sie schon dumme mutterfucker ja doch würde ich so unterschreiben und ich kann nicht schreiben also muss es wahr sein brückenbauer ausgebildeter brückenbauer der der legt da irgendwelche samen in den boden ja was passiert da kommt der brücke raus ist ja auch die nach teil macht er immer einen zeitsprung dazwischen ja natürlich und dann dürfte irgendwie bomben auf dem boden dann fliegt eine luft ich weiß gar nicht was du da macht mit rückwärts altos richtig es gibt neun geld es wurde neun klitsch gefunden glaube ich bei ocarina of time oder so ja aber das gehört ja eigentlich zu any person mit glitsches aber die sagen alle gerade so von wegen nein wir wollen nicht dass es dazu gehört weil das ist scheiße weil der beinhaltet dass man irgendwie 50 mal das gleiche lied spielt um halt irgendwelche irgendwelche data zu korrupten und ja das ist halt dann langweilig sind die kannst du bitte über gelootete chests einen block setzen hier ist der kasse ich glaube dass ein nein schon wer warum folge ich dir auch du bist der sackgassenmeister fack ich auch nicht ganz kapiert wo warst du gerade wie wo wo immer noch in der nähe von deinem ursprünglichen dorf moment 87 57 an dieses dorf aber auch ein bisschen weiter südlich vom anderen also okay wenn ich nicht einfach mal nach stalker map sind wie viel obsidian hast du kein keins schade ich habe drei wenn wir noch genug in den boxen finden machen wir einfach random im portal cool wir werden nicht genug finden aber du weißt schon aber wie ist es denn wasser auf die Lava setzen ja das geht immer ich habe ein Wasserbucket dabei heiß 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 glaubst du es funktioniert dass man einen bucket ich auch also auch wenn es direkt weg ist ob das dann trotzdem obsidian macht wenn man es direkt drauf setzt kennst die shit wo geht es zurück? 20 level ich will es nicht ausprobieren weil das ist ein Problem what? ich fährst du noch irgendwie keins spawnen haben das finde ich nicht gut es ist nicht so schlimm wir haben zwei Stück Zeit ich will doch gerne wissen wo es hier zurückgehen oh pass auf warte wo bist du? bist du wieder rein? ok 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 ne hä? ey Cindy ist so ein fucking ninja der und dann zeigt er ich bin aus der zukunft was? ah da sind zwei war nur ein schwarzes skelett ein schweizer skelett ein schwarzes ach so schlimm die ist genauso schlimm glückgert ne ich glaube das ist schlimmer ja die schwarzen skelette die die glauben dir deine schuhe aber die schweizer die glauben dir dein geld ja und in den schuhen ist kein geld drin außer du bist schweizer richtig darum klauen schweizer auch nur anderen schweizer an die schuhe ist der jetzt gedespawnt? guck die Woll ich grad so ein wizard kaputt machen also aufteilen wir schaffen es noch mit dem aufziehen ja ok wir sind einfach weggerannt dann nehm ich mal den Loot schade jetzt hab ich nun nen Endlichkeitsbogen und will den Widder kaputt machen und der denkst du weißt du was? den Widder die spawnen naja ich bin mal kurz weg alles klar Rob bring uns das mit Rob Rigo Sanchez da sind wir hergekommen ne warum verfolgte ich diese doch nicht der schaut sich mal so an des Schweins so mit verliebten Augen ich weiß auch nicht was los mit dem das kenn ich bist du ein Veganer geworden? ne ja gut was das würden sie dich hier angreifen oh Gott ähm oooohh ich sehe was du siehst eigentlich ein besser mäßliches Marshmallow Monster ne Treppen ich hab den ich hab den willager gedeut und nicht für einen Willager gehalten sondern für Cindy das war gruselig ja das stimmt hat der hat der Willager dich geschlagen nein aber er stand vor meinem Haus und hat mich angeguckt ja aber dann kann es nicht Cindy sein weil Cindy würde dich schlagen das stimmt so als sind ja ich nicht zu dich torpen sind die ist gerade mir vorbeigelaufen und ich glaube ich habe eine hand auf meinem arsch gespürt ich weiß auch nicht hat die gerade zwei gejuckt hat wie das nicht einfach runter springen als hätte er keine füße er schon wer du bist doch im iya wachua club ja ich bin ihr wach war war also das ist so eine stufe da drin ja was ein skeletti ja und jetzt ist in die schwarz geworden und schwanger der blubber deine frage ja ich habe dich doch schon gestellt du hast mich bestellt ich aber nein es ist eine doofe idee gewesen auch ja ich weiß auch gekostet er tut überhaupt nicht weh das problem ist wenn ich mit dem 3 sind versucht man schild zu holen will ich werfen ja was ist eine feier der wunde der ananas kassi für mehr patrick ob die wir haben einen brief gekriegt wir haben einen brief gekriegt ich lese ihn nicht weil steuern feuer brennt ja wusste ich nicht warum habe ich dir das nicht gibt sie ich glaube rückstoß ist okay auf dem bogen allerdings ist es unnütz rückstoß ist ja es geht weil du ja eh fernkampf bist aber kann auch etwas nervig sein ja eben weil ohne rückstoß bleiben sie an ähnlicher stelle das nicht nachziehen unbedingt aber ja 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 sia ja sehr many mo man schidades der boi und ja ganz viel bziberところ ganz probiert und viel nicht nein zu drogen ob die wasser über lava dann kommt obsidian raus und die sagt nein zu drogen wenn die drogen gesagt gesund und ohne uns leben dann sagt nein das finde ich lustig und lava bei flieh also fließende lava und wasser ist koppelstöhn einfach die dumme die dumme garst und dann einfach kuhmilch saufen nein es nimmst du zurück es ist doch nur zweck jetzt weiß ich nicht wie ich wie ich die farm machen soll ich kann nicht aber ich habe die spawner wo genau baust du die hin weiß ich nicht ich mache wahrscheinlich zwei weil wir zwei spawner haben eine bei meinem haus gedöhnt und bei euch wie viele dörfler kann ich unbedingt bevor mich der golem haut einen einzigen dann haut er mich schon oder hat er mich noch nicht der haut dich sobald du ich glaube reicht es schon wenn ich habe nicht bekommen weil die ihren freund erschossen haben was solltest du sagen mit wasser und lava ergibt gedenkens muss ich das eine oder andere leiten oder was willst du machen willst du ich bin nein ja allgemein ich bin gerade untergrund und hier ist ein wasserfluss und daneben ist gleich eine lava pfütze die berührende ganz wenn da lava einfach nur über stille lava fließt und obsidian wenn sich strömendes wasser und strömende lava treffen wird's koppelstöhn es ist strömendes wasser an stille lava wasser über lava ist obsidian ich bin überall und alles der dörfer hat mich gerade vergewaltigt hast du wehgetan ja weil die so eng war wie stark ist so ein golem ziemlich was hast du für eine rüstung an dann kannst du es schaffen dass man nur mit fern kann das problem ist der wirft dich nach oben und dann kriegst du halt falsch haben ja und dann wird es nach oben geworfen schlafen ich schlafe schon mal alles für die frau ich bin gerade bei uns das ist unwichtig in meinem leben wir brauchen ein slime boss für die farm ich komme gleich wieder ich muss mal was gegen das kopf machen für die feuerform der rammt sich jetzt die kopf gegen den schrank ich bin tun was wissen wasser auf lava ich habe das zeug wie kann ich das abbauen brauche ich da diamant zeug für du brauchst die diamant spitz hat geführt der ist schwarze ob sie die jahre oder die amt mit der bewutsamkeit eisen theoretisch ich habe auch kein diamant ist doof ist nicht so schlimm gut 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 auch gut gut